Gott ist böse, denn es steht geschrieben, dass er uns aus seinem Ebenbild geschaffen hat. Das Böse ist dem Guten schon angelegt. Schmier. Beat ist einer der angesagtesten Promoter der Berliner Techno-Szene. Glauben Sie mir, der Junge ist perfekt. Für jeden Geheimdienst von unschätzbarem Wert. Beat ist ein Wunscherfüller. Was wollt ihr von mir? Du kennst die Szene, du bist ein Insider. Ich soll Leute ausspionieren, das mach ich nicht. Nicht irgendwelche Leute. Philipp Vossberg. Vossberg wird der international organisierten Kriminalität zugeordnet. International organisierte Kriminalität. Und das ist ungefährlich. Die Menschheit ist aufgebrochen. Heute schreien die Menschen nach anderen Artikeln. Und was dann? Wir liefern. Ich wollte immer dein Freund sein. Aber jetzt weiß ich es. Wir können nicht nur gut sein. Beat. Wir sind ein Wunscherfüller. 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 Vielen Dank.